Hi Leute, ich wollte mir mal Bescheid geben, ich bin aktuell krank, krank geht nicht, aber krank ist krank und deswegen denke ich mal, war es das dann auch gerade für eine Weile. Ich leide an massiven Rückenschmerzen und leider auch Husten, Schnupfen ein bisschen. Ich weiß noch nicht sicher, was das ist, aber könnte eine Grippe sein, könnte auch nicht sein, ich weiß es nicht sicher. Ciao!